Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit den flexiblen Power-Response-Leitlinien das Qi bewegen könnt und ganz allgemein alle sozusagen Flüssigkeiten, alle dynamischen Prozesse im Körper. Da wäre zum Beispiel das Blut, die Lymphe, die Rückenmarksflüssigkeit, der Nierenkreislauf. All das braucht Fliesen und dieses Fliesen könnt ihr unterstützen, wenn ihr euch im Rhythmus der Leitlinien bewegt. Im Power-Response-Training geht es immer so um Rhythmus und Puls und unsere Leitlinien spiegeln das wider. Wir sprechen immer vom komprimieren, weiten, weiten, komprimieren. Wir arbeiten mit unserer Schwere, werden eben leichter, um schwerer zu werden und werden schwerer, um leichter zu werden. Und ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel für dieses komprimierend weiten. Und zwar, wenn ich jetzt den Stöpsel nehme und ich gehe nach unten und ich hebe an, dann seht ihr, wie stark das ist. Also ich kann praktisch über eine Kompression nach unten das Steigen machen. Und in der chinesischen Medizin oder im Qigong sagt man dann, das Sinken macht das Steigen. Und das könnt ihr jetzt eigentlich mit diesem Bild ganz einfach verstehen. Das heißt, es geht nicht darum, sozusagen die Arme zu heben, das Qi zu heben, jetzt in der Qigong-Übung. Das führt sogar oft dazu, dass ein übermäßiges Steigen kommt, dass die Leute Kopfweh bekommen, dass sie einen roten Kopf haben, dass sie Verspannungen bekommen, sondern es geht um dieses nach unten verdichten. Wenn wir sozusagen in diese Beugung gehen, in die Vorbereitung, dass wir die Hüfte komprimieren wollen, das Knie komprimieren, diese innere Gelenksbewegung. Also wir verdichten nach unten und dann steigt es auf. Und oben haben wir dann den umgekehrten Effekt, ja, dass ich sage, aus der Kompression raus, und wie bringe ich jetzt das himmlische Qi nach unten? Also die Kompression lässt mich das Qi der Erde pflücken, sammeln und jetzt im Himmel, was brauche ich da? Da brauche ich eben die Weitung. Ja, also das wäre diese Idee, dass ich sage, ich spanne auf und dann fließt wieder etwas zurück. Ja, also da hat man ja dieses, ich werde leichter, die Gelenke werden weit und dann geht die Energie nach unten. So, jetzt möchte ich euch eine praktische Anwendung dazu zeigen. Das ist so eine ganz grundlegende Qi Gong Übung, es sind ganz viele Übungsreihen drin und die heißt Qi heben und senken. Und das ist so diese Vorstellung, ich will einen Qi Ball heben und ich will ihn senken. Und jetzt von dieser Vorstellung, was ihr jetzt kennt, jetzt hier will ich verdichten. Ich finde so eine Elastizität, die Gelenke verbinden sich. Jetzt gehe ich nach unten. Ich kann mit den Händen wie so ein bisschen Schwung holen, als würde ich wirklich so einen Ball heben. Ich schwinge an und jetzt aus dieser Verdichtung, jetzt kommt es heben. Und das ist sozusagen ganz leicht, das wäre unser und leicht. Und jetzt gehe ich über oben, weit, 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 spanne mich auf und jetzt lasse ich es zurückfließen. Und wir haben ja dieses und schwer und leicht und das und steht immer für die Aufladung. Und nach unten. Und dann wird es leicht nach oben. Und oben den Himmel durchdringen, sagt man weit werden. Und schwer. Und schwer. Da muss ich nichts machen. Das letzte Sinken gehört eben dieser Vorbereitung, gehört schon dem Steigen. Und dann steige ich. Und dann steige ich. Und das letzte Steigen gehört schon dem Sinken. Jawohl. Und so tue ich praktisch komprimierend weiten. Und weitend, weitend komprimieren. Das Grundprinzip ist Rhythmus. Timing. Und dann kommt es ins Fließen. Und dann unterstütze ich den Atem. Ich unterstütze die Organe. Alles kommt ins Fließen. Und auf diesem grundlegenden Level passiert schon 80% aller Wirkung. Wenn ich dann noch weiß, zum Beispiel, dass es hier beruhigende Punkte gibt, dynamisierende Punkte, dann kann ich zum Beispiel diese Handgelenksbewegung mit einbauen. Ich kann hier in den Ellbogen arbeiten. Ich kann in dem Schulterbereich. Also es gibt ganz viele Dinge, die man dann noch später dazufügen kann. Aber denkt dran, schon die Konzentration auf die Leitlinien. Wenn ihr euch beim ganz normalen Üben, wenn ihr irgendwas macht, wo ihr die ja schon erprobt habt, die Leitlinien, wenn ihr die anwendet, dann macht ihr eigentlich schon chinesische Medizin. Und das ist doch cool. Also, viel Spaß beim Üben. Und das ist doch cool.